Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Deutsch Insomnia. Bin Dana und bin eine Sprachliebhaberin. Bei diesem Video möchte ich euch ein paar Verben mit Halten vorstellen. Los geht's! Wir schauen uns gemeinsam an, was diese Verben bedeuten und ich zeige euch natürlich einige Beispielsätze. Schauen wir uns erstmal den ersten Teil an und die Verben Aushalten, Durchhalten und Mithalten. Beginnen wir mit dem Verb Aushalten und es ist ein Synonym zum Verb Ertragen. Ein Beispiel. Noch mehr ungeschickte Überraschungen kann ich nicht mehr aushalten. Man kann auch eine Beziehung oder den Stress oder zu Hause nicht mehr aushalten. Andere Beispiele. Die Kinder können den Kindersitz im Auto nicht mehr aushalten. Das Paar haben viel im Leben ausgehalten. Und das zweite Verb. Durchhalten. Und es ist ein Synonym zum Verb Überstehen. Ein Beispiel. Als sie die erste Arbeitsstelle bezogen hatte, konnte sie die Arbeitsatmosphäre wegen ihrer Kollegen nicht durchhalten. Andere Beispiele. Ich halte nicht mehr durch. Ich gehe schlafen. Er wollte eine vierwochige Diät machen, aber er ist nur zwei Tage durchgehalten. Halt durch. Wir sind gleich da. Ein anderes Beispiel mit dem Verb Durchhalten. Aber es geht um Krankheiten. Er hat einen schweren Lungenkrebs und niemand weiß, wie lange er durchhalten kann. Und das dritte Verb ist mithalten und es hat viele Synanome. Sich messen können oder gleichrangig sein, sich Kopf an Kopf rennen oder genauso gut sein. Ein Beispiel. Beim Wettbewerb kann das X-Team nicht mit unserem Team mithalten. Also, sie können sich mit uns nicht messen. Es gibt große Unterschiede zwischen unseren Fähigkeiten. Beim zweiten Teil stelle ich euch diese Verben vor, die sehr ähnliche Bedeutungen haben. Das Verb anhalten und die erste Bedeutung ist ein Synonym zum Verb andauern. Ein Beispiel. Der Modetrend von Joggenhosen hält immer noch an. Ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, wie lange dieses furchtbare Wetter anhalten wird. Ein Beispiel für die zweite Bedeutung. Wie lange kannst du den Atem unter Wasser anhalten? Und die dritte Bedeutung des Verbs anhalten? Max hat um Annas Hand angehalten. Die vierte Bedeutung des Verbs anhalten ist häufig verwechselt mit den Verben abhalten, aufhalten und zurückhalten, die wir uns alle gleich anschauen. Es gibt ein paar Synonyme, die man bei der vierten Bedeutung verwenden kann. Und die sind stoppen, stillstande bringen und stehen bleiben. Ein Beispiel. Die Polizisten haben versucht, den verdächtigen Wagen anzuhalten. Aber sie haben es nicht geschafft. Man kann die Kaffeemaschine, den Bus, das Taxi, das Auto oder den Schlitten anhalten. Einfach alles, was in Bewegung ist, kann man anhalten. Das nächste Verb ist abhalten. Und es meint, jemanden an etwas hindern oder jemanden nicht erlauben, etwas zu tun. Ein Beispiel. Er mag gefährlichen Sport und niemand kann ihn abhalten. Ein anderes Beispiel. Ich mag diese Schuhe, aber ich kaufe sie nicht, denn die Farbe hält mich davon ab. Und nun schauen wir uns das Verb aufhalten an. Und das bedeutet, jemanden nicht weitermachen lassen. Ein Beispiel. Warum bist du so spät? Was hat dich aufgehalten? Ein anderes Beispiel. Die Klimaerwärmung kann man leider nicht mehr aufhalten. Die zweite Bedeutung des Verbs aufhalten, aber als ein reflexives Verb. Also sich aufhalten. Bedeutet sich befinden. Ein Beispiel. Ich rufe ihn seit vier Stunden an und bekomme keine Antwort. Ich würde gerne wissen, wo er sich aufhält. Und der siebte Verb, zurückhalten. Und es bedeutet, stoppen oder bremsen. Ein Beispiel. Er muss sich etwas zurückhalten, da seine Art zu reden nicht mehr ertragbar ist. Der dritte Teil und die Verben erhalten, behalten, verhalten und unterhalten. Die erste Bedeutung des Verbs erhalten, ist bekommen. Ein Beispiel. Ich habe eben deine Nachricht erhalten. Und das zweite Synonym zum Verb erhalten, ist empfangen. Ein Beispiel. Wann erhältst du denn deine Prämie? Das neunte Verb dieser Lektion ist behalten. Und das bedeutet, etwas erwerben und in seinem Besitz lassen und es nicht hergeben. Ein Beispiel. Ich würde gerne den Ring oder das Foto, die Karte, behalten. Ein Beispiel um die zweite Bedeutung dieses Verbs. Trotz der hitzigen Diskussion hat Max die Nerven behalten. Das zehnte Verb ist sich verhalten. Und das bedeutet, sich benehmen oder sich aufführen. Ein Beispiel. Jedes Mal, wenn er seinen Schwarm trifft, verhält er sich so merkwürdig. Und nun sprechen wir über das Verb sich unterhalten. Und es bedeutet, sich austauschen oder diskutieren. Ein Beispiel. Ich möchte gerade über oder von Politik nicht reden. Wir können uns später darüber unterhalten. Der vierte Teil und die letzten Verben. Fernhalten und Innehalten. Das reflexive Verb. Sich fernhalten. Und es bedeutet, nicht in die Nähe kommen lassen oder verhindern. Ein Beispiel. Die Einwohner würden per Lautsprecher gewarnt, sich von dem brennenden Haus fernzuhalten. Und das letzte Verb dieser Lektion ist Innehalten. Und es bedeutet, pausieren oder stoppen. Ein Beispiel. Gestern hielt ich plötzlich mit dem Laufen Inne, da mein Knie mir wehgetan hat. Andere Beispiele. Man kann in der Arbeit oder mit dem Sprechen eine Sekunde Innehalten. Anderes Beispiel. Vor Schreck hielt ich Inne. Ich hoffe, ich könnte euch mit diesem Video dabei helfen. Und wenn ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich immer sehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für eure Unterstützung. Bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Tschüss.